Birgit Schrowange weiß ihre Fans zu begeistern. Aber vor allem weiß die Moderatorin, wie man für eine Überraschung sorgt. Nachdem sich Birgit ihre Haare jahrelang dunkel gefärbt hat, überrascht sie 2017 plötzlich mit ihrer natürlichen grauen Haarpracht. Damit setzt sie ein Zeichen, zu sich selbst zu stehen. Und dass die 60-Jährige auch sonst eine absolute Stilikone ist, zeigt Birgit immer wieder mit ihren umwerfenden Outfits. Vom sexy roten Leder-Mini-Rock bis hin zum schicken Casual-Style, Birgit weiß sich zu kleiden. Auf Instagram teilt die RTL-Moderatorin jetzt einen ungewohnt freizügigen Look. Birgit posiert im sexy Bikini am Strand von Thailand und schickt warme Urlaubsgrüße an ihre Fans. Und die sind vom Bikini-Foto der TV-Ikone ganz hin und weg. Du schaust immer jünger aus. Strandschönheit und du siehst super sexy aus sind nur wenige der unzähligen Komplimente. Und dem können wir nur zustimmen. Toller Look, tolle Figur und tolle Kulisse. Birgit scheint ihr neues natürliches Styling einfach gut zu tun. Die Moderatorin strahlt auf ihren Bildern selbstbewusster denn je. Und genau das zeigt auch dieser sexy Strandschnappschuss.